was zwei tracks und wo bist du greifen den rex an level 105 du bist du siehst du kennst den großen berg einmal über den drüber ich komme hin weil den rexkümmel als rex echt jetzt mama ich bin ja ich brauche eine weile im laufrichtung base aber nicht zur base ich bin schon abgehängt ich bin jetzt beim unteren tor ich komme euch oben auf den hügel hier dann würde ich sagen wir müssen direkt sehen müssten wir nun über den berg ist als sie als sie und sich auch im text ist sogar männlich ich glaube wir können die bieten level 105 ist halt nicht sehen ich pull den du schießt wo wir noch einen tag parallel 96 ein erst mal rex ja aber nur so alt so ist das mal auf passiv bitte denn dann kann auf passiv kommt nicht so und jetzt würde ich sagen wir wollen auf den rex und bevor ich den wir können schon mal drauf schließen ruhig der ohne weiter bist und bemerkt ja ich habe nicht getroffen ich habe 50 oder so ich habe keinen bock einer anderen dort jetzt kämpft er mit der kuh erst mal okay lassen erst mal stoppen würde ich sagen ich habe hier sieht immer noch richtig geil aus ja das ist okay da killt diese blöde kuh jetzt für zwei kür es gibt einmal die kür und haben wir noch andere er kommt sonst ist meine er läuft unter habe mich getroffen die müssen wir hinterher auf meine aktoren das verdirte ich die noch das konzert ab hier ich habe ihn getroffen einmal sehr gut da kommt der akku auf dich sein jetzt kämpft er mit einem tieri und da ist noch und ihre denken egal ist es noch nicht daneben auf ich lasse verfahrt ja auch kommt sonst setzt dann glaube ich die 105er hits sind von mir ja was macht er denn da jetzt keine ahnung aber richtig um ein armbus ist schrott egal nicht schon wieder oder hast den bogen dabei nein nein er geht aber auch nicht auf mich du musst den tollen jetzt aber nach sich schon muss ja ich bin beim pano angekommen hinter mir läuft schon wieder weg ich habe keinen bock auf mich nicht angreifen halten wenn ich stelle ich bloß zwischen dich und ihm hat mich gar nicht das auf das non-serie nebenan ich legte mit erst mal das erste prime rein ja obwohl noch mehr aus meinem ich habe jede menge prime das droht zu vergammeln ich gebe ihm das erst mal was so schlimm ich habe auch noch was das hält noch ewig hier ist ein mückenball dabei ne da habe ich bin der piche gegen die schlange hier ist eine schnecke schnecke ein raddorf wird mir alpha beta wo ist gamma ich weiß wo gamma steht kann ich dir gleich zeigen da wo man kamo stand auch das ist wahrscheinlich stark oder so was nee du hast nicht mitgepfiffen ich habe noch ein ich habe noch ein okay der schlange die tors laufze nicht mehr rein ihr seid auch unkomplizente abtoren 60 die kuh wird aber nicht auf mich als großartig ähm wir gehen mal nicht zu nahe zu daran ich glaube die wird aggro die kämpft grad gegen paar ähm Raptoren dreck neben unserem Rack äh kannst du die Bodern die Raptoren da ist doch ne Kuh die Kuh kann ich killen eben unter dem Stein ist da muss ich mal merken die macht grad die Kuh kalt achso so ich helfe da eben jetzt der Alpha Raptor hab ich gesehen da wird es natürlich kritisch dann ich weiß was du meinst ja aber pass auf wenn der High Level ist dann killt er den Kano passt du auf den Racks auf eben dann geh ich mich kurz um meinen Level 60 Raptor abholen hier ich spiele mal mit dem Fernrohr aus den Alpha Raptor ja man ist schon fertig erst Level 10 den sollten wir kriegen jetzt war dann kurz wollen wir auf den Racks kurz warten ja darf ich ganz kurz anmerken das allererste mal in der Geschichte haben wir einen Delta Raptor yeah das sind doch geil oder einfach Raptor Delta da weiß ich nicht okay der Kollege ist krass weiß was ich fühle Lampte weißt du was ich fühle Sigma ist geil ja Sigma und Omikron Omikron einfach Klingt doch einfach geil oder ja ja sollst du auf den Wegst warten dann Leute ich dachte das wäre sein das wäre sein Gesitze in den Maul das ist einfach sein Scheiß für Fuß ähm da ist der einfach Raptor lass mal die Kugeln oder was ist lass mal die Kugeln oder die läuft grad hier ein bisschen durch aber okay nachher redet die den Racks wollen wir auch nicht weil ich greife der nur pull die kurz weg soll das kann ich auch angreifen also für zu wegpullen wenn man Raptor und was sind ja doch guck mal der Blut wie das da rausspritzt halt einfach weiter die hat mir nochmal 5 rohes Filet gegeben stabil ui ich selber bin ziemlich am Arsch ich dehydriere gerade hast du einen Wassersack äh tatsächlich ja aber da ist nicht mehr viel drüber besser als nichts hinten drüber ah ich habe ihn ich will also du hast du hast ihn zuerst reingelegt aber vielleicht ja auch den zuerst beschossen genau du hast ihn auch zuerst beschossen vielleicht ist er der mehr Damage macht ich weiß es nicht so wie heißt der zuerst der heißt Olle Knolle okay der ist ein geiler Name der ist 161 ne der ist 151 151 ähm der heißt jetzt einfach das ist Rex Alpha Alparex ist es rags jetzt lass mal schnell diesen Alpha Raptor 2 kurz 2 kurz 2 kurz und das mal schnell diesen Alpha Raptor weil ich bin wir haben los alle akko alle folgen mir auf gehst du bist du da vorne bist du ich glaube gerade zu der streck hinter der ist gar nicht gesehen von ricks aber die sollten auf dem folge ist ihn an die da hinten ist er soll nicht stabil sein ist jetzt er wird sehen ja der rex sollte den scherz angreifen der rex zu schratter unten er kommt gerade zermuskope rexx du gehst einmal ganz kurz jetzt mache ich einmal den da links sind noch normale das war die zuerst und ja ich wurde die kurz oder einfach ob du das gefällt er wird was man kommt wie man nicht daran dass ich dich da sie dich da wir möchten ja weg denken hat ja haze wie sonst wo ist jetzt diese reaktoren gesehen normale vor mir ist einer ja das thema das ja ein klick vergessen direkt bestraft berg ich bin reiten so was dann können ich kann da nicht mehr reden du weißt was ich meine ja da folgendes pass auf ist mich der rex jetzt kann ich dem einmal sagen gehen dahin das muss kommen wir den seien achtung jetzt so das ist er vorgeschickt und jetzt gehen wir hinterher erwarten wird es angegriffen wird so jetzt wird er weggefetzt hier von gott ich sehe gar nichts meine aktoren gehen jetzt gehen vor die machen so viel noch weg aber wie krass okay das alpha hat uns über wo ist der was ist befruchtet gute frage hat mir auch gesammelt hast du kurz mal bock rein zu schauen welcher hat ihn gekillt alpha alpha wurde von der scheiße wesbe gekillt und delta auch ich fasse es nicht egal was dabei okay da war nichts hier hat nichts dabei ab dort ab dort 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 die beiden guten sind zwar gerade gestorben was sehr schade ist aber wenn ich jetzt noch so dazu bekomme alles fein das ist wieder gar mal dieses mal ist gamma der der stärkste ist es ist sehr verwirrend irgendwann ich habe gamma auf drei und ich sehe regen dunkles blau und zwei drei bäume ich sehe unsere base nicht ich sehe genauso viel ich schwöre die sie in so aus den dinos was für das dörbchen muss die base eigentlich sein irgendwo gefunden ja wo ich war so 20 meter weg habe ich gesehen gerade okay war mehr oder weniger erfolgreiches abenteuer eigentlich ein erfolgreiches abenteuer ich habe so ein bisschen glück ich sehe nichts außer so halt den typischen drops und einer liegt genau von mir aus dem base richtung mein navigationspunkt wir haben 1 2 3 4 5 6 750 gammelfleisch kann aus wie wir auch ein ganz trick narkobären aber das ist nicht ich ruf was kommt die verfallszeit von dem teil es hält noch 39 tage und wir haben jetzt in der räucherkammer 399 tage was wir können über ein jahr spielzeit aufbauen und das ist noch nicht vergammelt ich denke mal das reicht kann ich sogar ich sehe jetzt ein alle passiv aber nicht ein geistes passiv für dich alleine oh mein gott oh mein was los der speedy is insane zum bären fahren hallo dilo was der komplett op für bären welcher metallfarm der speedy man kann das drängen so ein päckchen sporen am boden kann man sich kein zentrum von den landes übernehmen ein graben bauplan bücherregal mein schrank ich bin der bleibt geworden von dem was jetzt mache ich hier noch mal wie viele schränke willst du haben eine reihe voll also wenn du oben sitzt hier da einzelne reihe ich schätze mal das sind drei sechs zwölf noch mal so 30 30 ja weil ich in vier minuten das ist das ganze gleiche holzfluss ich hab's also kann ich damit level ja was guck mal in die base die ganze fps also meine sind in ordnung meine fps meine auch aber ich merke schon wenn ich drauf gucke ich bin spürbar diese fetten haufen ja habe ich schon gesehen 9 ich platziere schränke jetzt haben wir oben erstmal fetten akku bären zeug ich bin level 69 70 oft ich kann aufzubauen oh mein gott chaos ich bin zu schwer beladen ich springe ja mal übelst hoch ich bin schon ziemlich hoch ich sollte ja springen oh was ist mit denen los ja die fliegen einfach komplett weit weg let's go chaos ich bin level 71 wow ok jetzt müssen wir nur noch warten bis die beiden alles durchgecraftet haben das kann er ewig da und der macht noch 382 und der macht noch 303 Bite so fisch aber Andre d unser der ist ihr de und vamos nur le